So, willkommen zu Part 9 von Let's Play Granny Smith Und wir waren hier stehen geblieben bei Big Cargo oder Carjo Ne, Carjo, das wäre eher so der Auto-Joe Nein, so war das nicht Ähm, Car Carjo Nein, Cargo heißt das Auto los Autostart, wie auch immer LOL Auch mal eine andere Möglichkeit Und Was ist das hier für eine kranke Scheiße in der Fabrikinsel Ah ne, Fabrikinsel bin ich ja gar nicht mehr Ich bin jetzt ja in diesem Allgemeinen, in diesem Factory Land Gefällt mir nicht wegen Umweltverschmutzung und so, ne Apropos Umweltverschmutzung und so Es gibt ja so ein Carbon Footprint Carbon Footprint nennen sie das Carbon, also Carbon Dioxide ist ja Kohlenstoffdioxid Und ähm, Footprint ist halt Äh, Fußabdruck heißt das Und da wird halt aufgelistet, wie viel Ähm, ein Mensch in einem Land Durchschnittlich im Jahr An CO2 ausstößt Deutschland ist natürlich viel dabei Platz 1 ist wie anders Äh, wie nicht anders zu erwarten Ähm, die Amis Ist logisch, ne Nicht anders zu erwarten Und ja, die Deutschen haben 9,8 Und damit der Klimawandel gestoppt werden müsste Müsste jedes Land ein Carbon Footprint von 2 haben Das müsst ihr euch mal vorstellen Natürlich arme Länder, ähm, Entwicklungsländer haben Carbon Footprints von Ähm, von 2 oder so Äh, also 1, noch niedriger als 2 Ist klar, die brauchen wir auch Sonst wird das ja mit dem Klimawandel Ratzfatz gehen Und zwar viel zu ratzfatz Sag ich's mal so Und Äh, deswegen ist das ganz Wichtig, dass das niedrige Weniger wird, aber Ähm Alle 3 Äpfel geil Ähm, genau damit das mit dem Carbon Footprint Weniger wird Aber die Amis sind natürlich noch mit 20 Doppelt so viel wie wir Wie kriegen die das denn? Wir duschen jeden Tag, ey, Alter Wir fahren alle mit dem Auto, ey Wie kriegen die Amis das hin? Doppelt so viel im Jahr noch zu verbrauchen Die müssen dringend was ändern Die sind im 10-fachen Verbrauch Eines wir eigentlich dürfen Aber Es wird immer nur geredet, geredet, geredet Und wann wird was getan? Viel zu spät oder Gar nicht oder Ja, letztendlich wird immer nur geredet Ich rede auch jetzt auch nur Tue ich irgendwas dafür? Ich benutze den PC auch fast den ganzen Tag Gebe ich ehrlich zu Und, ähm, das verbraucht Strom natürlich Und das stoßt auch CO2 aus Das ist leider so Und wir kommen zu Conveyor Belts Zum nächsten Level in Granny Smith Und wir schließen Klima Dings ab Weil Ja, zu was kommen wir da? Letztendlich immer zu den gleichen Sachen Die schon eine Million Mal 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 besprochen wurden Immer nur Ähm Ja, man soll nicht so viel verbrauchen Und man soll Ja, irgendwie die Die, äh Klima-Wärmung stoppen Indem man nicht so viel CO2 ausstößt Oder einfach nicht So viel Energie Für sich verbraucht Ähm, genau Und darauf kommt es immer auf Äh, drauf hinaus Und das bringt ja nichts So, oh, ganz knapp geschafft Bin in einem kleinen Lauf Im Moment Im Moment brauche ich echt Oh, ab geht's über die Müllheide Das ist ja böses Also alles gegen die Natur Hier in diesem Pack Packt, ähm Vielleicht kommt noch ein Appell Oder so am Ende Also ein So eine kleine Nachricht Irgendwie Das machen die ja bestimmt Nicht einfach so Dass das hier alles so schlecht ist Mit Smog und so Vielleicht hat das einen kleinen Äh, Hintergrund Dass Irgendwie da mit die Natur Ach, keine Ahnung Ähm Ey Warte mal, was steht da? Unlock all Complete or skip Previous levels to unlock Unlock all Restore purchase Das kostet Geld Dann hat man alle Level frei Und guck mal Nach dieser Welt Wenn wir die geschafft haben Kommen wir dann auch schon Zu dieser Weltall Und tja Und dann war's das auch leider schon Aber wir spielen ja Level Ein paar doppelt nochmal Damit wir noch ein bisschen Ja, wie auch immer Äh, noch ein bisschen Äh Länger das In die Länge ziehen können So Blown away Und Der Apfel gehört mir Es sei denn Ich fliege drüber Weil das Oh, das war wirklich Knappig Opa Stanley hatte Ordentlich Speed drauf Nein, ich hatte nicht Ordentlich Speed drauf Sondern Sondern Opa Stanley Weil Opa Stanley Ist der Baba Die Wir wissen, wer der Baba ist Und das ist einfach nur Opa Stanley Niemand geringeres Als Opa Oh Der gehört mir, Alter Der Apfel Oh, war das Sünde Für den Dieb Oh, der Arme Dieb Und ab geht's über die Mülle Leider, der stinkt hier nach Pest nach Ozelotischen Abfällen Äh Keine Ahnung, was ich hier nenne Ozelotisch Das Wort Ozelotisch Hab ich irgendwie von Oh, geil Den hab ich Oh, das ist ja Also ne lucky Phase Im Moment Das Wort Ozelotisch Hab ich von Minecraft Von diesem Ozelot Äh, das Ding ist Minecraft Ist so ein Totgespieltes Game Oder Ich hatte auch Vor, das zu Let's Play Aber Lass ich Lass ich einfach draußen Weil Das ist totgespielt Das Let's Play Jeder Es schockt Ich weiß Aber das lass ich einfach Ähm Da gibt's einfach viel zu viele Da Kann ich gleich vergessen Das ist aber Ähm Zu Let's Play Bring mir auch Andere Spiele viel mehr Spaß Muss ich so sagen So Kommen wir weiter zu The Acrobat Der Akrobat Ich bin mal gespannt Dass Wer hier der Akrobat ist Der Dieb Oder Stanley Ich vermute Dass Stanley hier Der oberste Akrobat ist Weil der hat noch frische Knochen Der Junge Das ist ein reiner Akrobat Der war auch früher Bei Circus Krone tätig Der Wette ist Junge Und der erste Abwehr Gehört mir mit 2429 Punkten Auf jetzt keinen interessiert Oh, das war ein Galer Sichtwechsel Digga Und jetzt bin ich Sehr weit weg Und ich mach bisher Alles richtig Zwar ein bisschen lucky Aber Alles richtig What the hell Alles korrekt Digga Also ein bisschen Ein bisschen glücklich War das Ganze natürlich Aber Das ist eigentlich ganz geil Bin mit echt viel Glück Gerade unterwegs Und perfekt Drei von drei Äpfeln Digga Und Ähm Ich Ich rausche hier In einem Rausch Ich rausche hier In einem Rausch durch Das ist ja auch Schlecht ausgedrückt Pipe Dream Der Pipe Traum Der Traum von einem Pipe Also ein Pipe Ich vermute Sowas wie In der Skateboardbahn Die Halfpipe Oder Ne Weiß das Halfpipe Irgendwie sagt der Name mir gerade was Halfpipe Ach das ist mir eigentlich Weiß ich jetzt auch gerade nicht Ich kann auch Gerade übelst Bull Bullshit Labern Voll ins Wasser Geweht Ey Ja gut Das kommt davon Das ist so geil Ach da muss ich durch die Wand Ja Kann mir das jemand sagen Mit dem Schädel durch die Wand Immer mit dem Schädel durch die Wand So auch in diesem Game hier Also What Ja Zu spät losgelassen Das geht einfach zu schnell Das geht überfolgert Digga Wenn das Ding so Power hat Wie schnell soll ich denn bitte reagieren Minion So Achtung Der geht richtig ab Ui So diesmal rechtzeitig Hep Und der erste abrügelt mir Und es geht ein Auf ein Laufband In verkehrt rumme Richtung Auf dem ich schon einmal war Aber Alter willst du mich eigentlich Total veräppeln jetzt Oder Ach Oh Den Abwehr habe ich sogar noch eingesammelt Nicht schlecht Es ist relativ unübersichtlich So dass ich hier gar nicht weiß Wo soll ich jetzt hier hin Ja Scheiße Oh schade Ein bisschen bessere Reflexe Muss ich Muss ich haben Obwohl man sagt ja Die Wissenschaft Der hat ja Leute die Ego-Shooter-Games Spielen Haben bessere Reflexe Und ich zocke Ego-Shooter Also Müssen sie doch gute Reflexe haben Das ist aber ein Widerspruch Hier mit dem Was ich gerade Veranstalte OMG Was hat denn eigentlich immer viel lauter gemacht? Scruffy hat gebellt und gejauelt Der elendige Der elendige Jauler Stanley 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 Mein oberster Bro Macht diese Opa-Stöner Diese Opa-Geräusche Ja Abkürzung Würde ich sagen Aber ich habe einen Apfel ausgelassen Ist ja erstmal egal Das geht jetzt hier erstmal durch den Looping Und jetzt Reflexe Stock ausfahren Also der Stock Der Krückstock Nicht Kein anderer Stock ausfahren Das kann er machen Wenn Oma Granny In der Nähe ist Aber Oh Glück gehabt So Perfekt Ne perfekt war es eben nicht Das war zwei von drei Äpfeln Aber das ist Egal Egalité The Landfill Illegalité Fraternité Fuck Wie waren die drei nochmal Französisch da Egalité Fraternité Und Liberté Freiheit The Stage Of Liberty Liberty Island Heißt das auf jeden Fall Keine Ahnung Auf jeden Fall heißt Liberty Auch auf Französisch Freiheit Haut hin so Ja Ich habe Französisch In der Schule Und es macht mir nicht Besonderlich viel Spaß Muss ich ehrlich dazu gestehen Aber Ich habe nicht so Viele Probleme Mit Sprachen Und so weiter Also Kann es mir eigentlich auch Eigentlich egal sein Hauptsache Ich kann hier Let's playen Das ist die Hauptsache Und das muss ich zum Glück Nicht auf Französisch machen Sondern dafür auch auf Deutsch Reden mit euch C'est très bien Das hat er etwas schlauer Gelöst du Und der ist dadurch Ja gut Den Apfel Den will ich haben Digga Deswegen starte ich einfach nochmal neu Ja okay Also er erscheint von hinten Überholt mich Kommt du Er nicht Also Ne Ah Ist wieder zweideutig Lustig So, das ist mir jetzt Schnurzpiepen der Apfel, ich spiel einfach mal weiter. Aber das ist auch geil, ne, bei Trollollo, dass dieser Typ, das war halt mal ein richtiges Lied, aber es wurde aus irgendeinem Grund verboten. Und dann wurde halt sozusagen alles zensiert und übrig geblieben ist nur noch so ein Trollollo, so. Ohohohoho, halt irgendwie so habe ich das verstanden, ich muss nicht richtig sein, so. Aber ich bin relativ sicher, dass ich das so verstanden habe. Und ja, und der Erfolg kam jetzt erst, das ist der Hammer, oder? Der damals war, der unscheinbar, da war nichts mit dem Lied. Und jetzt feiern die Jugendlichen plötzlich das Lied. Trololololololololololololololololololololol. Also das wird natürlich auch gefeiert und das ist natürlich auch ganz witzig. Irgendwie kommt mir das Spiel, wenn ich das nochmal zocke Viel farbvoller, viel geiler rüber Als wenn ich das später in einem Let's Play Also wenn ich das gerendert wieder sehe Irgendwie ist das sehr bleich, finde ich Nimmt der Recorder das auf Jetzt, jetzt perfekt, endlich Ja, das nimmt ja irgendwie sehr bleich aus Es ist viel farbiger jetzt, wenn ich das jetzt spiele Aber das ist ganz gering Das sieht man kaum Und das könnte ich auch nicht ändern Weil die Farbeinstellung gibt es in diesem Recorder nicht Also Könnte ich da sowieso nichts ändern Und es geht wieder durch die Wand Fuh Fuh Nicht auf dem Bauch landen, aber ja klar Und rutsch ganz runter, aufstehen Und den Berg hoch, ja mit dem Regenschirm und mit ein paar Rollstuhren Geht das alles ganz klar Und den Müllberg wieder runter Yay So einer, ein Apfel war glaube ich noch hier Ja da ist er Weg, leider ist er weg Ich habe ihn leider nicht mehr bekommen Es tut mir so leid Er hat leider den Dieb bekommen Wir gehen ins nächste Level Wir gehen ins nächste Level Triple Swings Und er lädt mal wieder mit einem langen Schwarzen Bildschirm Das ist langweilig Ähm, ja Und es geht durch ein Lüftungssystem mal wieder Mit etwas Legging Tut mir leid Aber ich überhole ihn zumindest Das ist die Hauptsache Ich muss ja nur eine Taste gedrückt haben Er muss sie ja nicht Schade Das nächste Mal muss ich mir ein Spieler suchen Was Ähm Vielleicht Ein bisschen Ähm Grafisch nicht so hoch Anspruchsvoll ist Aber ich Gut Ich lasse jetzt den Rekorder Aber auch in sehr hoher Qualität aufnehmen Daran könnte es natürlich auch liegen Weil wenn ich das so lokal zack Dann leckt das nicht Das ist klar Das ist ja auch bei Spielen so auf dem PC Wenn man es so spielt Leckt es nicht Aber wenn man es mit Fraps aufnimmt Dann leckt es Aber das ist ja auch Ein bisschen normal Da Das natürlich Ähm Den PC natürlich ordentlich fordert Wenn Das Ganze auch noch aufgezeichnet werden muss Von der Grafikkarte Ähm Da kann natürlich die Die Frame Rate auch mal Sehr sinken Seid du hast ein Ultra PC Wie sich mein Freund jetzt einer gekauft hat Ey der Hammer Irgendwie Also er baut sich die selber zusammen Da spart er ein bisschen Geld mit Als wenn er die fertig so kauft sozusagen Und Ach keine Ahnung Was er da hat DDR5 3 GB Äh Grafikkarte Ähm 8-Kerniger Ähm Prozessor mit 3,5 Gigahertz Ähm Und dann irgendwie 16 GB Arbeitsspeicher Braucht man natürlich im Grunde auch nicht Aber das ist ein Hammer PC Und Das schockt natürlich Und damit bist du natürlich auch sehr sehr lange up to date Und das ist natürlich auch schon ganz geil Muss Muss man sagen Muss man sagen Muss ich zugeben So Dann sind wir hier wieder im Menü angekommen So Das war's mit Part 9 Und jetzt rein